Gedankenstille ist eines der wichtigsten Dinge, die die meisten Menschen erleben möchten. Wir sind es ja gewohnt, dass wir in der Früh aufstehen und das Erste, was uns in den Sinn kommt, sind Gedanken. Meistens ist unser Unterbewusstsein so etwas wie eine Waschmaschine. Und diese Waschmaschine tut die ganze Zeit auf Schleudergang die Vergangenheit immer wieder schleudern. Bei den einen ist es eher auf 400 Umdrehungen, bei den anderen ist es eher auf 1800 Umdrehungen. Und wenn man natürlich in diesen hohen Umdrehungen ist, dann provoziert man eben sehr, sehr viele Gedanken, was dazu führt, dass wir sehr viel Energie verbrauchen, denn alles, was wir denken, verbraucht unsere Lebensenergie. Unser Bewusstsein ist wie eine Batterie, die wir in der Nacht aufladen. Und wenn wir aufstehen, dann hängt es davon ab, wie viele Gedanken du hast. Und diese Gedanken erschaffen dann deinen Bewusstseinszustand. Denn wenn du die ganze Zeit über irgendwas nachgrübelst oder in deinem Thema hast oder Sorgen hast, dann führt das dazu, dass wir einfach in diesem Tag uns in genau diesem Zustand befinden. Und viele wollen in einen schöneren Zustand kommen, in einen Zustand der Klarheit, des Friedens, der Freude, der Glückseligkeit. Und um dahin zu kommen, ist eines der wichtigsten Wege, in die Gedankenstile zu kommen oder zumindest zu lernen, wie man die Gedanken reduziert. Und da habe ich etwas ganz Besonderes entwickelt, und zwar eine Frequenz mit einer Dissoziationstechnologie, die dir hilft, in diesen Zustand zu kommen. Und zwar nennt sie sich, wie der Name schon sagt, clear your mind, also lösche dein Verstand. Und die funktioniert so. Es gibt drei Phasen in dieser Frequenz. Und das Ganze ist eine sehr spezielle Musik, die du vermutlich so noch nie irgendwo gehört hast. Die erste Phase ist eine intensive Dissoziation mit Klatschgeräuschen, mit einer Musik, die von allen Richtungen kommt. Das heißt, es gibt in der ADHS- und ADS-Therapie, also es sind die Menschen, die in der ganzen Welt nicht klarkommen, die keine Bilder zu Hause haben, wenn die rausgehen, sind sie overloaded, weil sie über alles, was sie dort sieht, also immersiert werden, sehr intensiv und dadurch viele Gedanken erzeugen. Und die Therapie, bei denen geht es so, dass die sich auf den Stuhl setzen und dann kommen von überall Geräusche, dass die in einen Zustand kommen, dass die nicht mehr nachdenken können, weil sie nicht wissen, von wo. Also der Modus vorher war, ah, da ist was und ich denke darüber nach und danach ist der Modus so, ich kann gar nicht darüber nachdenken, weil ich gleich überrascht werde, von wo, was, wann das nächste kommt. Das heißt, der Mind shiftet in einen Zustand, wo man einfach nicht mehr weiß, wann, von wo, was jetzt kommt. Und dadurch kommt man in eine Art Gedankenstille und diese Gedankenstille führt dazu, dass man in einen Frieden hineinkommt. Und die Musik, die ich produziert habe, ist genau das, sie produziert genau diese Musik, diese Bewegungen und dieses ganze Drumherum, dass es eben eine maßgebliche Erleichterung ist, um in diesen Zustand hineinzukommen. Das dauert so ungefähr acht Minuten. In diesen acht Minuten läuft auch eine Frequenz mit acht Hertz, die dich vom Verstand, also wenn wir viel denken, kommen wir in Beta, beziehungsweise in Gamma und dann Beta. Und wenn wir dann in die Meditation kommen, in diesen Schlaf-Wach-Zustand, das ist so sieben, acht Hertz, dann hilft eben diese Frequenz mal runterzufahren, die Gedanken grundsätzlich zu reduzieren. Und dann kommt die zweite Phase, das ist eher so eine Art Musik für Meditation, für Tiefentrans, für Entspannung, damit das Gehirn sich jetzt beruhigen kann nach acht Minuten intensiven Dissoziation. Und das dauert dann ungefähr so zehn Minuten. Und dann geht es in die letzte Phase, die dauert so ungefähr zwölf Minuten, die ganze Frequenz dauert eine halbe Stunde, wo es eher eine schamanische Musik geht, tibetische Musik mit Flöten, aber auch kommt dies dann wieder in 3D und bewegt sich wieder voll. Also es ist alles in 3D, aber die mittlere Phase ist ein bisschen ruhiger, damit das Gehirn sich entspannen kann. Und die dritte Phase ist dann wieder so, es geht wieder los, so eine Art Ayahuasca-Musik und Trip-Musik, wo man dann wieder in so einer Art erweiterten Bewusstseinszustand kommt. Und ab dieser Phase ist es so, dass statt acht Hertz das Ganze geht dann runter auf vier Hertz hinunter. Und in diesen vier Hertz ist man eigentlich im Delta-Bereich, das heißt, wenn man schläft, ist man in der Regel im Täter-Bereich. Das bedeutet, du bist im Traumzustand und wenn du im Tiefschlaf bist, dann bist du in Delta. Das heißt, du hast keine Erinnerung, aber dafür extreme innere Heilung. Also wenn du zum Beispiel krank bist oder wenn du tagelang nicht geschlafen hast und dann legst du dich hin, dann kommst du in der Regel in Delta, erholst dich sehr, sehr schnell. Und diese Frequenz führt eben von acht Hertz auf vier Hertz, also acht Minuten acht Hertz und dann die restlichen 22 Minuten vier Hertz, wo du in diesen tiefen Trance-Zustand hineinkommst. Auch wenn du sagst, du bist jemand, der sagt, ich stehe auf luzides Träumen, außerkörperliche Erfahrungen, ich will mystische Sachen erleben, ist diese Frequenz auch sehr, sehr gut dafür geeignet, weil die Frequenzen und die Situation natürlich alles dafür fördern. Ja, hörst dir an, die Musik ist sehr, sehr spannend, du wirst so eine Musik vermutlich noch nie gehört haben und die Komposition ist einfach ganz einzigartig und die hilft auch sehr, wirklich diesen Gedankenzustand zu haben. Du fragst dich, wie oft sollst du sie hören? Ich empfehle dir, du kannst, die ist von der Frequenz so, dass du sie auch vorm Schlafen gehen hören kannst, du kannst sie in der Früh hören, du kannst sie mitten am Tag hören. Wann du willst, ich empfehle dir die ersten ungefähr 10, 20 Tage sie einfach einmal am Tag zu hören, wenn du natürlich mehr Zeit als öfter und dann kannst du sie dann nutzen. Das Gehirn hat sich dann eingestellt auf diese Dissoziation, dass du passiv in diesem gedankenlosen Zustand bist, was ich dir sehr, sehr empfehle, während du diese Meditation machst, dass du dich hinsetzt oder hinlegst und dabei lächelst. Dann schüttest du Glückshormone aus und diese Glückshormone führen dich in Kombination mit der Dissoziation, mit diesem Nichtdenken in einen Glückszustand und den produzierst du dann jeden Tag. Wenn du das dann zur Routine machst, dann wirst du nach 20, 21 Tagen merken, wie sich dein Bewusstseinszustand passiv geändert hat und du glücklicher bist, wenige Gedanken hast, was dann das Ziel dieser Frequenz ist. Ich wünsche dir viel, viel Freude damit und alles, alles Liebe und wie gesagt, du kannst dich auch kostenlos testen in der Brainwave 3D App und gib mir ein Feedback dazu, wie es dir gefallen hat und was es mit dir bewirkt hat. Das würde mich sehr, sehr freuen auf Trustpilot und wünsche dir bis dahin alles, alles Gute.